Hallo Zuschauer, du wolltest dich beim DRK bzw. beim Rettungsteam bewerben. Jetzt zeige ich dir mal hier, wo das Krankenhaus überhaupt ist, wo du dich bewerben kannst, wo die Station ist. Einfach hier mal ran, das ist bei 7274. Das ist das Krankenhaus, dann einfach dort mal ran, so wie hier am Eingang. Dann mal ins Objekt rein, dann haben wir nachher da hinten so ein Tresen, da kann man sich bewerben. Das zeige ich dir jetzt gleich, wo du da ran gehst, da musst du dann einfach nur einen Online-Titel betreffen. Mit Name und Nachname und darunter dann in der Nachricht auch ganz wichtig die Telefonnummer schreiben. Einfach hier ran in den Kreis, dann E-Mail, dann schreibst du hier zum Beispiel, wird sich bewerben, Bewerbung, da Fierico als Beispiel, und dann würdest du jetzt hier in den ganzen Track streben. Zack, zack, zack. Und am Ende würdest du hier auf Zen gehen und das abschicken. Ich mach das jetzt mal nicht. Und jetzt ist die Nachricht angekommen bei den Chefärzten. Jetzt musst du das im Endeffekt nur abwarten. Die Chefärzte werden dich dann zu einem Gespräch einladen. Und dann hoffe ich natürlich, dass du auch angenommen wirst. CHIKE 3 & 2 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020